Hi, herzlich willkommen zu meinem Let's Play von ATG Aisha Plus. Ein kleiner Hinweis vorweg. Dies ist mein erstes Let's Play und ist deswegen gespickt mit einem Haufen technischer und auch inhaltlicher Probleme. Ich hoffe, dass ihr mir das verzeihen könnt und dem Let's Play vielleicht trotzdem mal eine Chance gebt. Besonders der erste Part ist ein klein wenig sehr schrecklich. Aber so ist er nun mal geworden und so soll er nun auch bleiben. Das gehört eben dazu. Weil man mir aber klar machte, dass die Einleitung zum Spiel selbst etwas zu mager ausfiel, will ich das aber auch noch einmal nachholen. Deshalb auch überhaupt diese Einleitung vorweg. Gespielt wird ATG Aisha Plus. Dabei handelt es sich um ein JRPG in englischer Sprache, bei dem man ein Mädchen mit dem Namen Aisha spielt, die mithilfe von Alchemie versucht, ihre Schwester zu finden und zu retten. Ihr dürft also viele Storysequenzen, ein wunderbares rundenbasiertes Kampfsystem, haufenweise Itemcrafting und so einige Quests erwarten. Als Liebhaber von JRPGs und besonders von der ATG-Reihe fiel meine Wahl, ein Let's Play zu machen, also gerade deswegen auf genau dieses Spiel. Damit ihr die Story genießen könnt, werde ich zudem versuchen, möglichst wenig in die Dialoge zu quasseln, besonders wenn sie vertont sind. Nicht vertonte Dialoge werde ich zudem nicht vorlesen und weiter drücken, sobald ich selbst mit dem Lesen der Textboxen fertig bin. Nur damit ihr Bescheid wisst. Übrigens ist das Spiel die Vita-Version zur ATG Aisha, das damals auf PS3 erschien. Dieses habe ich seinerzeit platiniert, Erinnerungen daran habe ich aber kaum noch welche. Auch weiß ich keine Details über die Neuerungen der Plus- bzw. Vita-Version, außer, dass die DLC-Charaktere der PS3-Version direkt integriert wurden. Auch sollen die Bosse der DLC-Dungeons für die Platin in irgendeiner Form relevant geworden sein, so dass man sich tatsächlich auch mal mit der richtigen Ausrüstung der Charaktere beschäftigen muss. Nun ja, das soll reichen als Einleitung. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an diesem Letzt-Play wie ich. Und los geht's! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017